Es bleibt ein Wettlauf gegen die Zeit und es wird immer dramatischer. In nur wenigen Stunden wird der Sauerstoff in dem verschollenen U-Boot im Nordatlantik aufgebraucht sein. Die US-Küstenwache macht jedoch ein wenig Hoffnung. Es wurden weiter Klopfgeräusche und auch Töne registriert, obwohl unklar ist, ob die tatsächlich aus der Titan stammen. Fünf Menschen sind an Bord und es wird vermutet, dass das U-Boot in der Nähe der gesunkenen Titanic in rund 4000 Meter Tiefe befindet. Inzwischen sind auch zwei Tauchroboter am Einsatz. Weitere sind auf dem Weg. Die Kritik an der Betreiberfirma der Tour wird unterdessen immer lauter. Der aktuelle Stand von Loro Schulze-Felmede. Unermüdlich suchen sie weiter, aus der Luft auf dem Wasser. Mindestens elf Schiffe sind im Einsatz, durchkämmen den Nordatlantik. Nur noch wenige Stunden Zeit bleiben das vermisste U-Boot Titan zu finden, denn der Sauerstoff geht aus, reicht nur noch für wenige Stunden. Der Hoffnungsschimmer Klopfgeräusche unter Wasser von Sonargeräten empfangen, doch fraglich ist, ob sie wirklich aus dem verschollenen Tauchschiff kommen. Wir müssen Hoffnung haben, aber ich kann nicht sagen, was die Geräusche sind. Was ich aber sagen kann, und ich glaube, dass es der wichtigste Punkt ist, dass wir dort suchen, wo die Geräusche sind, das ist alles, was wir im Moment tun können. Das Suchgebiet umfasst rund 25.000 Quadratkilometer, hier im Nordatlantik, rund 700 Kilometer südlich von Neufundland. Für diese Menschen geht es dabei um Leben und Tod. Der Gründer der Touristenexpeditionsfirma Ocean Gate Stockton Rush, außerdem der britische Milliardär Hamish Harding. Auch der französische Titanic-Experte Paul-Henri Narjolet, er hatte schon mehrere Expeditionen zum untergegangenen Luxusdampfer geleitet. Außerdem Shahzada Davoud und sein 19-jähriger Sohn Suleiman aus Pakistan. Sie wollten ein Abenteuer erleben, das Wrack der Titanic aus nächster Nähe sehen, tauchten deshalb hinab. Man steigt da in diese kleine Dose ein letztendlich, ist dann mehrere Stunden unterwegs, bis man unten überhaupt mal ankommt. Da ist man dann, wenn man sein Mutterschiff verlassen hat, ist man einfach auf sich allein gestellt. Da gibt es dann also wirklich nur noch die Menschen, die mit einem in der Kapsel sind. Auf engstem Raum zusammengepfercht, irgendwo in der Tiefe des Atlantiks gefangen. Das Wichtigste nun Ruhe bewahren, eine zentrale Aufgabe des Piloten. Der Pilot selbst als Person, als Mensch muss jemand sein, der belastbar ist, der tendenziell ruhig bleibt in jeder Situation und da vielleicht auch über eine gewisse Sozialkompetenz, ein Einfühlungsvermögen verfügt, um eigentlich die Leute beruhigen zu können. Beruhigen, versichern, dass doch noch Hilfe kommt, dass die Rettungskräfte sie doch noch finden. Auf dem Programm des Kanzlers steht heute allerdings noch ein weiterer Termin. Und das könnte für Olaf Scholz heikel werden. Er trifft sich mit den ostdeutschen Ministerpräsidenten. Zuvor wurde bekannt, dass der Bund die Gelder für die regionale Wirtschaftsförderung kürzen wolle. Und das löste heftige Kritik aus. Auch wegen des Erstarkens der AfD. Die Partei ist vor allem im Osten in einem Umfragehof. Im nächsten Jahr finden in Brandenburg, Sachsen und Thüringen Landtagswahlen statt. Auch deshalb kündigten die Rechtspopulisten an, bei der nächsten Bundestagswahl mit einem Kanzlerkandidaten anzutreten. Mehr von Matthias Heinrich. Die AfD in vielen Landesverbänden zerstritten und handlungsunfähig in Thüringen mit Björn Höcke. Offen, rechtsextrem und trotzdem sonnt sich die Partei in Umfragehochs. 19 Prozent im Bund, 30 Prozent in Thüringen, über 32 in Sachsen. Das sei erklärlich, sagt die noch linke Sarah Wagenknecht mit Selbstkritik. Es ist ja nicht so, dass die AfD jetzt so wahnsinnig attraktiv ist in ihrem Personal und ihrem Programm, dass die Linke dagegen keine Chance gehabt hat, sondern es ist ja umgekehrt so. Erst sind die Wähler von uns enttäuscht worden, so wie eben auch von anderen Parteien. Und dann hat ein Teil dieser Wähler gesagt, was sollen wir denn noch wählen? Also bleibt am Ende die AfD. Jetzt könnte sogar Fraktionschefin Alice Weidel als AfD-Kanzlerkandidatin nominiert werden für die männerdominierte Partei. Der Frauenfeindlichkeit nachgesagt wird ein cleverer Schachzug. Weil nämlich die beiden anderen Kanzlerkandidaten Männer sind und man als AfD auf diese Weise klar machen kann, wir sind eben kein männerlastiger Verein, der mit Frauen schlecht umgeht. Weder Union noch Ampelschein AfD-Wähler zu überzeugen. Der Kanzler trifft sich heute mit den Ministerpräsidenten der Länder. Tempo soll künftig auch bei Wirtschaft und Umbau im Osten gelten. Das Deutschland-Tempo ist auch bei der Transformation möglich, die vor uns liegt, für die wir unser Land wieder auf Wachstum programmieren. Doch Bundesfinanzminister Lindner spuckt hier in die Suppe. Er will im Osten die Wirtschaftsförderung zusammenstreichen um fast 50 Prozent. Wenn man das wegnimmt, ist uns eine wesentliche Voraussetzung zum Gelingen dieser Transformation genommen. Das muss auch der Kanzler verstehen, schlägt Michael Kretschmer, CDU-Ministerpräsident aus Sachsen, Alarm. Lachen der Dritte dabei die AfD. Derzeit läuft für sie alles wie geschmiert. Bahnkunden drohen ungemütliche Zeiten. Die Eisenbahner-Gewerkschaft EVG hat die Tarifdampfhandlungen mit der Deutschen Bahn für gescheitert erklärt. Sie teilte mit, insbesondere die von dem Staatskonzern angebotene Laufzeit von 27 Monaten sei deutlich zu lang und die angebotene Lohnerhöhung zu niedrig. Die EVG hatte 12 Prozent mehr Lohn gefordert, mindestens aber 650 Euro im Monat mehr bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Deutsche Bahn teilte mit, sie habe zuletzt 2850 Inflationsausgleichsprämie sowie strukturelle Verbesserungen in Aussicht gestellt. Jetzt drohen unbefristete Streiks oder eine Schlichtung. Am Mittag will die Gewerkschaft über ihr weiteres Vorgehen informieren. Wegen der wachsenden gewaltvollen Auseinandersetzungen in Schwimmbädern hält die Gewerkschaft der Polizei strengere Einlasskontrollen für erforderlich. Diese sollten von privaten Sicherheitsunternehmen unterstützt werden, um das Hausrecht von Beginn an deutlich zu machen. Außerdem müsste es möglich sein, Hausverbote mit einer empfindlichen Länge schnell und niederschwellig zu verhängen. Darüber hinaus sollte Videoüberwachung für weitere Abschreckung sorgen, schlägt die Gewerkschaft vor. Im Sommer kommt es bundesweit in Freibiedern immer wieder zu Tumulten oder Schlägereien. Es war eine gewaltige Detonation mit einer riesigen Stichflamme. Noch immer ist unklar, was die Ursache für das schwere Gasunglück im Zentrum von Paris war. Trümmerteile auf den Straßen, brennende Gebäude und schockierte Anwohner. Die Gasexplosion im Pariser Zentrum richtet verheerende Schäden an. Der Knall ist kilometerweit zu hören, die schwarze Rauchwolke über der ganzen Stadt zu sehen. Die Explosion ereignet sich im fünften Arrondissement in einem historischen Gebäude aus dem 18. Jahrhundert. Dort sind eine Modeschule und ein Musikinstitut untergebracht. Durch die Wucht der Detonation stürzt das Haus teilweise ein. Eine komplette Fassade kracht auf die Straße. Ich hörte ein gewaltiges Geräusch und sah einen Feuerball 20, 30 Meter hoch, wie man ihn sonst nur in Filmen sieht. Ich habe immer noch ein Klingeln in meinen Ohren. Ich sah eine Frau, die durch umherfliegende Glasscheiben am Arm verletzt wurde. Sehr schwer, das alles in Worte zu fassen. Das Feuer greift sofort auf zwei angrenzende Gebäude über. In vielen weiteren Häusern gehen durch die Druckwelle Scheiben zu Bruch. Mehr als 300 Feuerwehrleute sind im Einsatz, um den Brand zu löschen. Polizisten und Soldaten sperren das Gebiet weitläufig ab. Unsere Einsatzkräfte waren sehr schnell vor Ort. Sie haben die Ausbreitung des Feuers auf weitere Gebäude verhindern können. Mehrere angrenzende Häuser mussten vorsichtshalber evakuiert werden. Die Gegend wurde in einem Umkreis von 200 Metern abgeriegelt. Wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt der Explosion in den betroffenen Gebäuden befanden, ist unklar. Unter den Trümmern suchen die Einsatzkräfte noch nach Verschütteten. Die Pariser Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen, unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung. Wien ist erneut die lebenswerteste Stadt der Welt vor Kopenhagen, Melbourne, Sydney und Vancouver. Frankfurt dagegen ist aus den Top Ten geflogen. Die Bankmetropole rutschte auf Platz 17 und teilen sich nun mit Berlin. Das Ranking wird jedes Jahr von der britischen Economist-Gruppe erstellt. München und Hamburg rutschten ebenfalls ab. Nur Stuttgart verbesserte sich ein wenig und zwar auf Platz 25. Für den Index 10 die Faktoren Stabilität, Gesundheitswesen, Bildung, Infrastruktur sowie Kultur und Umwelt. Übrigens, Wien gewann zum fünften Mal in Folge. Wir schauen in die Ukraine. Es hat einen Raketenangriff auf Pokrovsk in der Region Donetsk gegeben. Bei einem brussischen Raketenangriff ist also auf diese Stadt mindestens zwei Zivilisten verlässt worden. Die Rakete habe ein Haus getroffen, als die Menschen noch dort drinnen waren. Mehr Informationen sind bisher nicht bekannt. Bei den Kämpfen im Süden der Ukraine spielt weiter das von den Russen besetzte Bachmute eine wesentliche Rolle. Die ukrainischen Streitkräfte versuchen ja weiterhin die Stadt im Donbass einzukesseln und machen dabei Fortschritte. Wenn auch kleiner. Es ist ein verlustreicher Kampf und eines der Bataillone, das vor allem an der südlichen Flanke vorrück, heißt Aydar. Unser Chefreporter Steffi Schwarzkopf hatte die Möglichkeit, die Soldaten zu treffen und bekam ungewöhnliche Einblicke. Das ist der Kampf, wie er momentan rund um Bachmuth geführt wird. Mann gegen Mann, Meter für Meter. Das Angriffsbataillon Aydar kämpft sich rund um die Stadt vorwärts, zieht sich dann wieder zurück. Andere ukrainische Truppen halten die eroberten Stellung. In den Angriffspausen wird trainiert, wie an diesem Tag. Das Wichtigste ist, immer in Bewegung zu sein und niemals mit dem Feuern aufzuhören. Die Teams müssen sich als homogene Einheit vorwärts bewegen. Mehr als 250 Männer und eine Frau. Irina, 53 Jahre alt, aus Kiew und ehemals Konditore. Jetzt ist sie Sanitäterin, Kampfname Diva, die auch tötet, töten muss. Ja, das ist hart, natürlich, erzählt sie mir. Stellen Sie sich vor, als Bäckerin habe ich Menschen eine Freude bereitet. Es ging um Genuss. Jetzt geht es um Leben und Tod. Aber ich habe keine Wahl. Das Training der Kämpfer, das wir begleiten dürfen, ist aber deutlich mehr als nur das Üben an der Waffe. Konditionseinheiten, wie man sie aus dem Sportunterricht kennt. Liva, bravo, liva. Kraft und Koordination. Unkonventionelle Methoden, die der stellvertretende Kommandeur Oleksandr Kovalenko anwendet. Periode, periode, пошli. Следующая Gruppe. Trei, trei. Es ist ein Training, das die Soldaten zusammenschweißen soll. Die unübersehbare Lektion. Nur gemeinsam sind wir stark. Niemand wird im Stich gelassen. Für mich sind das nicht nur Soldaten, nicht nur Freunde, es sind meine Brüder. Seit 2014 bin ich in der Armee. Ich gebe meine Erfahrungen weiter und kämpfe an der Front mit den Jungs gemeinsam. Die auch Verluste haben, daraus machen sie keinen Hehl. Die Russen hätten dazugelernt, erzählen sie. Das Ziel bleibt, Bachmut zurückzuerobern. Aber auch an diesem Frontabschnitt ist es ein langer, blutiger Weg. 70 Soldaten suchen nach Suchhund Wilson. Wochenlang bangte Kolumbien ja um das Leben von vielverschollenen Kindern im Amazonas-Regenwald. Spürhund Wilson führte die Suchtrupps dann zu den Geschwistern. Doch der Bergische Schäferhund ging während der Suche verloren und ist nun selbst Ziel einer ausgeklügelten Rettungsaktion. Wilson schloss die Hundeschule im Februar ab und ist Teil der Spezialkräfte der Kolumbianer am Luftwaffenstützpunkt Tolemaida. Wir haben noch die gute Nachricht des Tages an diesem Donnerstag. Morgen im Golf von Mexiko wurden wieder mehr Schweinswale gesichtet. Die kleinste Walart ist vom Aussterben bedroht. Ihr natürlicher Lebensraum ist vor allem der Golf von Mexiko. Jüngste Zählungen haben ergeben, dass die Population wieder steigt, wenn auch nur ganz langsam. Vor zwei Jahren lebten dort nur acht Schweinswale. Jetzt sind es laut dem mexikanischen Umweltministerium mindestens 13. Jüngste Zählungen haben, dass die Population wieder steigt,